Die Forschungsdaten Die Forschungsdaten liegen auf mehreren Servern zum Schutz bei Stromausfällen. Sie müssen alle zerstören, um weitere Experimente zu verhindern. Security, was ist da los? Ich habe überall Alarm-Meldungen. Ich kläre das, Doktor. Alle Einheiten, haltet sie auf! Anscheinend ist Dr. Rappaccini auf Sie aufmerksam geworden. Security, ein Server ist auf dem Fall. Was lacht ihr da oben? Es gibt einen Kaffee, Beide. Achtung! 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 Oh, 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 oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Der Server ist zerstört. Hulk, du hättest in der Wüste bleiben sollen. Du könntest mich wenigstens ansehen, während du meine Arbeit zerstörst. Gebt ihr, was ihr willst. Der Aufzug wurde entsperrt. Sie können nach unten in die Anlage fahren. Ich habe kaum Daten über die gemeinsamen emotionalen Beziehungen von Dr. Banner und dem Hulk. Vielleicht ist er wie ein Bluthund, der böse Menschen einfach am Geruch erkennt. Ich weiß nicht, ob ihm dieser Vergleich gefallen würde. Äh, mir egal. Okay, suchen wir Monica. Du bist wirklich so gutgläubig, oder? Moment, was? Schließt die Tür, beschützt das Forschungslabor. Suchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Schließt die Tür, beschützt die Tür. Schließt die Tür, schließt die Tür. Schließt die Tür. Schließt die Tür. Schließt die Tür. Schließt die Tür, schließt die Tür. Das war's für heute. Täter-Team, tötet den Hulk. Mit Vergnügen, Doktor. 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 Ich hab mich ja wohl klar ausgedrückt. Schlechte Verliererin? Ich hab mich ja wohl klar ausgedrückt. Diese Gamma-Forschungseinrichtung ist jetzt dauerhaft außer Betrieb. Richte Bruce von mir aus, dass er das bereuen wird. Und zwar mit jeder Faser seines Körpers, die Avengers werden dich zu Fall bringen, Monika. Was für eine schicke Zugbrücke. Was für eine schicke Zugbrücke. Typisch. Der subtile Tony. Nach dir. Ich kann nicht glauben, dass wir gleich an Tony Starks Tür klopfen. Ich auch nicht. Anscheinend ist die Steuerung auf der anderen Seite. Ja! Denkst du, du kommst da rüber? Ja! Durch die Felsen komm ich durch, aber der Grüne hat's nicht so mit längeren Gesprächen. Guter Punkt. Also, was ist das Beste daran, der Hulk zu sein? Irgendwas muss dir doch gefallen. Äh, wir sollten uns auf die Zugbrücke konzentrieren. Was willst du machen? Die ganze Zeit schweigend rumstehen? Ja. Gute Idee. Wie du willst. Mehr Steine? Kein Problem. Bist du okay? Äh, alles gut. Ich kann Golden Acres sehen. Zum Teil. Sehr gut. Und, äh, kannst du rüberspringen und die Brücke runterlassen? Na klar. Du schaffst den Sprung. Ist diesmal nur ein bisschen weiter. Ach, geschafft! Okay, sie braucht wohl Strom. Tadaa! Hiermit dürft ihr Sir Starks schickes Schass betreten. Okay, beruhig dich. Gut gemacht. Wenigstens scheint er wach zu sein. Ist das nicht eins seiner, äh, Top 5 Hintern-Tretlieder? Doch. Die gute alte Nummer 4. Wow! Ob Mr. Stark mich einen von denen mal fahren lässt? Und hallo, Golden Acres! Oh, das kann es nicht sein. Bringen wir's hinter uns. Also, Tony Stark. Der Tony Stark lebt hier? Ja, scheint so. Tony? Hey, Bruce. Lange Nacht? Oh, lange 5 Jahre. Ähm. Ist echt ruhig hier. Hm. Das war's. Ich... Hey, hör sofort auf! Hi. Tut mir leid. Wer bist du? Äh, Kamala. Gut, äh, Kamala. Dein Freund hier steht leider auf meiner schwarzen Liste. Okay. Ich verdien das. Ja, verdammt richtig. Du verdienst es. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Das war die Frage, Bruce. Das war die Frage. Hast du das wissenschaftlich verifiziert? Hast du das wissenschaft... Es war ein Überfall, Bruce. Nein. Wir wurden reingelegt. Nein, nein. Der Terigenreaktor war instabil. Und das wusstest du. Du wusstest es. Und hast ihn trotzdem der ganzen Welt vorgeführt. Und jetzt einfach aufgeben? Wir haben nicht aufgegeben, Tony. Wir haben versagt. Und ich gebe das wenigstens zu. Nein. Wir haben bei ihm versagt. Nur bei ihm. Tony, ich weiß nicht, wie lange du noch wütend auf mich sein willst. Und ehrlich gesagt ist es mir egal. Lass dir ruhig Zeit damit. Aber das Mädchen ist ein Injumen. Es ist unsere Schuld. Und sie braucht deine Hilfe. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Du kannst was nicht? Lässt du mich etwa hängen? Oh, hey. Nimm's nicht persönlich, Kleine. Nein. Er macht das immer so. Ist doch so. Und wieso siehst du dich nicht mal gründlich um? Hä? Ich kann mir kaum selbst helfen. Das hier war ein Fehler. Endlich sind wir uns mal einig. Und das soll es jetzt gewesen sein? Die Avengers wurden reingelegt. Cap wurde ermordet. Glaubst du, das weiß ich nicht? Hä? Ich hab diesen Tag in meinem Kopf so oft durchgespielt. Die Avengers retten den Tag, werden trotzdem beschuldigt und dieser Mistkerl Taten kommt davon, als wäre er völlig unschuldig. Tja und dann? Rate mal, niemanden interessiert's. Niemanden. Die Welt wollte einen Sündenbock und er hat ihnen einen gegeben. Also, wenn ihr keine bahnbrechenden Beweise habt, schlag ich vor, ihr verlasst meinen Grund und Boden. Was ist das? Beweise. Wehe, die sind nicht gut. Hm. Hab ein bisschen die Kontrolle verloren. Hättet ihr das nicht früher sagen können? Nein, 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 nein. Runter von meiner Couch. Denk an die Liste. Woher hast du das? Ich hab dein Passwort auf nem Resistance-Block geraten. Beeindruckend. Wohl kaum. Dein Passwort war, ich bin Iron Man. Wirklich? Hm. Ich dachte, ich hätte's geändert. Oh, verdammte Scheiße. Ich weiß, es ist unvollständig. Auf dem AIM-Server liegt ein ganzer Ordner. Nein, nein, hier, hier ist mehr. Was? Ja, ziemlich clever. Das sollte aussehen wie eine beschädigte Datei. In ein paar Stunden habe ich den Rest. Was ist das? Wer ist, wer ist Tiny Dancer? Oh nein. Wir müssen hier verschwinden. Was? Kennst du diesen schamlosen Elton John-Fan? Tiny Dancer half mir aus Jersey raus. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht vor AIM gewarnt worden wäre. Wirklich. Tiny Dancer. Leute, wir sollten echt gehen. Jetzt. Ich hätte Rocketman genommen. Okay. Ich muss mich anziehen. Du hast einen Anzug? Ja. Vielleicht irgendwie. Mal sehen. Entschuldigt. Ich ziehe mir nur etwas Unbequemeres an. Natürlich versucht Bruce mir die Fangöre anzuhängen. Nach so vielen Jahren wird er seinen Pflichten immer noch nicht gerecht. Na, was machst du denn? Ah verdammt! Tja. Anscheinend hat Tiny Dancer die Wahrheit gesagt. Sie haben dich gefunden, Bruce. Sag nichts, Opa. Ich geb mein Bestes. Ah, Uromas Flugmaschine. Immer noch wunderschön. Im Gegensatz zu ihr. Ab in die Luft. Neue Partygäste. Oh, hey, Leute. Wie in alten Zeiten. Ich brauch einen Helm. Ah, Großonkel Rob. Der Kriegsheld. Was auch immer. Okay, hier muss er irgendwo sein. Zum Glück habe ich keine Nachbarn. Die wären jetzt echt sauer. Sie waren schon immer ein freundgroßer Auftritt des Stark. Wie war meiner? Äh, das war eine 7 von 10. Schön, dich zu sehen, Georgie Boy. Hast du trainiert? Irgendwelche Milliardenfirmen geklaut? Nur ihre. Hey, für das Fenster wirst du bezahlend halten. Ist das ihr neues Haus? Viel zu wenig Spiegel. Ich hab mich von allem getrennt, was nicht vor Freude funkelt. Rat mal, wozu du gehörst. Ich will das Mädchen, Stark. Und dann gehst du mir aus den Augen. Äh, Mr. Stark. Mal ein Witz, Kleine. Bleib einfach bei dem netten, grünen Mann. Das Mädchen braucht unsere Hilfe. Also, auf mich wird sie völlig gesund. Inhumans sind krank. Und brauchen Behandlung. Haha, glaubt diesen Mist irgendjemand? Wie steuert halten diese Maschinen? Ich weiß nicht. Er hat seit dem Unfall Kräfte. Ich hab gesehen, wie er eine Roboterspinne kontrolliert hat. Mit Spinnen gibt er sich nicht mehr ab. Gut gemacht, Kleine. Ähm, Kamala. Sie haben nach unseren Kennenlern auf mich heraufgeblickt. Ich versettiere Ihnen hiermit die Techno-Chinese. Klingt gut. Geht leicht von der Zunge. Oh! Ja! Juh! Probleme aus der Luft. Bleib nah beim Hulk! So nah, wie er dich lässt. Nein, ich schaff das. Pass auf! Moment, du bist noch nicht bereit für... Oder... Vielleicht noch. Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, Sie und Banner zusammenzusehen. Naja, Brucey und ich haben eine Paartherapeutin. Sie ist toll. Nein, gelenkig. Ich kann richtig gut Passwörter erraten. Schließe! Achtung! Sie kennen Dr. Banners Aussagestag. Die Avengers waren gefährlich. Nicht ich habe befohlen, sie aufzulösen. Ist das alles für mich? Ah, wie schmeichelhaft. Binden Sie sich nicht ein. Ich habe kaum einen Finger gerührt. Dann hat die Kleine recht. Du kuschelst jetzt mit Robotern. Sie erhalten Partei in einem Kampf, den Sie nicht verstehen. Ich habe dich vor fünf Jahren für eine Seite entschieden. Du hast mich dazu gezwungen. Geben Sie mir das Mädchen. Dann können Sie und Banner machen, was Sie wollen. Vergeht es. Das wollte ich auch gerade sagen. Sie müssen Logik und Vernunft walten lassen. Warum jetzt damit anfangen? Halt! Nein! Man hat meine Tappen drin! Wie fühlen Sie sich? Ging mir nie besser. Ihre Syntholz waren nutzlos. Hätten Sie mir den Hulk und Khan früher überlassen, würde das Archiv noch stehen. Vorsicht! Sie machen nicht mehr die Regeln, sondern er. Als Kind fand ich einen verwaisten Wolfswelpen im Wald hinter unserer Farm. Was? Vater sagte, er sei zu gefährlich. Ich sollte ihn loswerden. Ich fütterte ihn, gab ihm einen Namen. Er spielte mit meinem geliebten Hund David. Sie vergeuden meine Zeit! Vielleicht könnte ich Regeln festlegen und Grenzen. Könnte ich auch die rohe Kraft dieser Bestie nutzen. Sind Sie endlich fertig? Einige Monate später bei der Jagd, fiel der junge Wolf mich an. Er knurrte, hatte Schaum vorm Mund. Darwin verschaffte mir etwas Zeit, um Hilfe zu rufen. Auch für meinen Vater erschoss den Wolf. Aber es war zu spät. Darwin war zerrissen worden. George, wir brauchen ihn. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Gehen Sie. Bitte. Bitte. Gehen Sie. Hope so. Vielen Dank.